Like Nastja Der erste Schultag Hi! Sollen wir Freunde sein? Nee, danke. Okay, tschüss. Wie war es denn auf der Schule? Ein Mädchen möchte nicht meine Freundin sein. Warum gibst du ihr nicht ein BFF-Armband? Okay, gute Idee. Tschüss. Der zweite Schultag Hi! Hi! Ich habe ein Geschenk für dich. BFF-Armbänder! Hier hat das Armband nicht gefallen. Sie will nicht meine Freundin sein. Jedes Mädchen mag doch Puppen. Gute Idee! Ich gebe ihr eine Puppe und dann spielen wir zusammen. Dritter Schultag Hey! Möchtest du mit meinen Puppen spielen? Hey! Puppen? Ich mag keine Puppen. Was mag sie denn? Vierter Schultag Sie ist keine gute Freundin für dich Nein, sie ist ein gutes Mädchen Okay, letzte Chance Ignorier sie einfach Genau so Okay Okay Fünfter Schultag Hi Leute, hi Oh, hi Wie heißt du? Ich bin Evelyn und du? Ich bin Nastja Sollen wir Freunde sein? Ja Hier, eins für dich und eins für mich Oh, vielen Dank Gern geschehen Leute, kann ich mit euch spielen und eure Freundin sein? Ja Okay Papa, jetzt habe ich viele Freunde, aber du bist mein allerbester Freund Oh, danke Papa Kommt zu mir in den Ferien Ich mache euch was Leckeres zum Nachtisch Ja Ja Machen wir Nein, 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 nein Du bist nicht mit Entschuldigung Uuuuuh! Uuaaaah! Hurraaa! Huuuay! Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu! Ah, nattisch! Was ist passiert, Oma? Oh, ich bin so müde. Ich brauche Hilfe. Wir helfen dir. Kann ich was zu essen haben? Ich habe so Hunger. Gib mir was. Oh, lecker. Hallo, kann ich was haben? Gib mir ein bisschen mehr. Hast du vielleicht noch mehr? Aber ich habe auch Hunger. Okay. Danke. Aber das mag ich nicht. Vielleicht eine Banane? Ja, ja. Lecker, lecker. Ich habe Hunger. So Hunger. Wir brauchen noch mehr. Ja, du bist jetzt das Letzte. Ich bin meine Wurst. Ich bin meine Wurst. Was läuft? Oh nein. Fertig. Fertig. Guck, wie schön ich bin. Schau dir die Federn an. Ich denke, ich bin schöner. Ich bin meine Wurst. Was ist das denn? Oh. Oh. Lauf. Oh. 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 Oh! Nachtisch, Leute? Nee! Ach, nein! Will essen? Ja, vielleicht Nachtisch? Oh! 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 Mein Nachtisch! Ich kann mehr machen! Hilfst du mir? Nein, nein, nein! Ich geh in die Schule! Oh, ich bin schon spät! Ich muss arbeiten! Bye! Tschüss! 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 Ja! Tschüss! Papa! Papa, Papa, wach auf, wach auf, wach auf, Papa, Papa. Nastja? Nein, ich bin eine Flugbegleiterin. Willkommen. Danke. Ja, ich bin eine Flugbegleiterin. Ja, ich bin eine Flugbegleiterin. Wann fliegen wir? Upsi. Ich weiß nicht, wie man fliegt. Bitte anschneiden. Okay. Wir sind fertig zum Abflug. Und es geht los. Und es geht los. Zeit für einen Snack. Lecker, lecker. Entschuldigung. Ich möchte etwas essen. Okay. Bezahl, bitte. Danke. Mmm. Oh, dieser Duh. Yippee. Cheese. Bye. Pfff. Papa, Papa, wach auf, wach auf. Oh, Flugbegleiterin. Nein, ich bin's, Nastja. Oh, Nastja. Leute, gefällt euch das Video? Next Video. Hi, Leute. Ich mache heute Mathe. Puh, das ist so schwer. Ja, aber... Papa, ich brauche Hilfe. Okay, ich weiß. Gehen wir. Wähle klein, größer, am größten. Wow. 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 Das ist das kleinste. Das ist größer. Und das ist das größte. Yeah. Du hast recht. Willst du dieses Spielzeug haben? Ja, ja. Gut. Jetzt, dann zähle mal zwei. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 14, 16, 18, 20. Okay, super gemacht. Juhu, fantastisch. Ich habe es geschafft. Und wie wäre es damit? Ja, was muss ich machen? Okay, dann zähle mal fünf. Hm, ich probiere es. Fünf, zehn, elf, zwölf. Ich habe es geschafft. Nee, total falsch. Stopp, stopp. Ich will es nochmal probieren. Okay. Fünf, zehn, 15 und 20. Ja, korrekt. Ich gebe nie auf. Jetzt ist es schwerer. Oh, das ist so schwer. Ich weiß nicht, wie das geht. Spielen wir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Monster. Monster. Du darfst nur fünf Äpfel nehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du darfst nur fünf Äpfel nehmen. Monster unter meinem Bett? Cool, cool, cool. Wie viele Äpfel haben wir jetzt? Ich weiß, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Häschen, Häschen, Häschen. Und jetzt kannst du selber lösen. Ja, das kann ich. Jetzt gefällt mir, Mathe. Wow. Wow. Groß, kleiner und das Kleinste. Ja, das hast du super gemacht. Ja, ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute. Let's play here. Papa, Papa, hilf mir, hilf mir. Spiel mit mir, spiel mit mir. Okay. Setz dich hier hin. Tadam. Ich will dieses Spiel nicht spielen. Ich will spielen. Eine Freundin Ariel. Hey, komm zu mir, komm zu mir. Hi. Was ist passiert? Wasser, Wasser, bitte. Okay, okay. Mehr, mehr Wasser, mehr. Hoch. Es hilft nicht. Warte, ich weiß, ich weiß. Hat es besser? Ja. Wasser. 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 Und nein. Mein Simo. Peter, hier ist es. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Gut. Tschüss. Puh, nee. Elsa? Hi, komm zu mir, komm zu mir. Let it go, let it go. Hi, hi. Lass uns Beauty-Salon spielen. Nein, lass uns lieber singen. Let it go, let it go. La 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 la. Let it go, let it go. La 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 la. Oh, bitte hör auf. Was? Lass uns ein anderes Mal spielen. Okay. Puh, nein, nein, nein. Aurora? Aurora, hi, kommst du bitte zu mir? Tschüss. Hi, hi. Vielleicht Make-up? Okay. Wow. Schönes Bett. Wach auf, wach auf. Bitte, geh nach Hause schlafen. Okay. Ach, keine Zeit fürs Bett. Cinderella, kommst du zu mir? Bitte, komm. Hi, hi. Ich hab was mitgebracht. Make-up. Ich hab was Besseres. Meine Mäuse, meine Mäuse. Mäuse. Mäuse, Mäuse, Mäuse. Cinderella, bitte gerne nach Hause. Ach, okay. Tschüss. Ich will spielen. Wer ist das? Hi, Nastia. Hi, Evelyn. Lass uns schminken. Ja, endlich. Tschüss, tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020